jetzt zum diner hast du pack a punch ja pack a punch und nogger sonst wird es zu krass ich bin drin muss hierher und das ding drücken drücke ja jetzt der ofen ist an es wird gekocht jetzt musst du bald alter lebst du noch ich lebe nicht mehr mir geht es noch nee ich bin tot was war das denn alter ja das ist deiner das ist deiner da müssen wir noch mal rein um den verregneten dienstag wird man so berührt habe ich gehört dienstags deiner ist eigentlich ganz gut im rennen aber ich glaube wir müssen früher da muss man viel früher rein geil wäre halt wenn irgendjemand noch so ein kleines springer in der hose hätte ja springeläffchen stimmt eigentlich öfter an die kiste ein bisschen rein prängeln ordentlich prängel prängel machen ich muss mir auf die kinder achten die haben ja halt wirklich am knöchel ja es ist einfach wenn die kommen und süßigkeiten wollen und irgendwie alles anfassen mit ihren die wollten an den bringerst du die haben auch so klebefinger du kommst dir da nicht sofort weg du hast dann einfach so ein klebefuß da irgendwie ja wenn du einmal drin hängst hängst du drin frank frank leimfuß nennt man ihn frank leimfuß close to the here also jetzt müssen wir aber mal oh man danach müssen noch drei elektrische boxen irgendwie machen auch noch e-boxen ja man muss schnell da ins deiner weil die kommen ja wirklich die spawn ja quasi so schnell karte ist auch voll leise naja besser als lizenzmusik besser als lizenzmusik besser man hört uns schwadronieren als ja was willst du auch hören und gebimpe mehr als gestöhne gibt es hier nicht aber ich mag das gestöhne das brauche ich zum einschlafen da gibt es ja alles ist gitter schmessern also wir müssen auch gar nicht hier sein wir können ja auch hier raus raus aber du kommst nie wieder zurück hier gibt es eine saug 9 mm ich habe schon mal dynamite gefunden jetzt wissen wir auch dass wir straight uns da hinten durchschoppen müssen bis in die letzte bude aber bleiben die dann hier ist irgendwo was glaube ich ich war irgendwen sabbern da alter der war noch aus der pandemie der hat eine maske auf ja einige davon sind 2021er 21er sind hier ein paar unterwegs 2020 war naja 2020 war naja ist es nicht ein filmstudio keine ahnung ich weiß es nicht 20 mentory cox die runde schon wieder irgendwie vorbei ja das ist so ein studio von diesen von diesen warm warner brothers die warm warner brothers die warmer brothers den noch wärmeren brüder alter frag mich halt schaffen wir es zu kischt ja irgendwas müssen wir schaffen aua wir brauchen ja jetzt schon bald eine waffe das war eine messer kabum er kommt man am besten zur zur kiste egal entweder was deine oder hier über die mitte dann musst du hier aufkaufen jeder einmal die kiste ja vorsicht die boys kommen auch nur eine sick aber besser als nick hätte halt nick wir haben eine sick kn hab ich oh insta messern es ist keiner da hier ist halt auch so hier ist halt auch so dass die zombies halt auch dann irgendwie richtig flott kommen wenn es einmal losgeht die sprudeln aus dem boden gitter habe ich gefunden und die alte gitter hast du gefunden die alte gitter die alte gitter ich hab die alte gitter drüben übrigens ausgegraben gitter schnitte oh gitter die alte schnitte du komm ey wir haben insta kill drei minuten kein zombie kommt ne es ist oh ich bin fast gestorben da kommt einer und gibt mir direkt hat gesagt wirst du mal meiner belgischen waffel smell ok ist nicht schlecht hier ne alter hat ja gar keine reichweite die sieg zwölf na die runden die flyen hier nur so boah da waren die älfchen er hat angehalten hat mir die älfchen gezeigt ist dann weitergegangen richtig ekelhaft ich hab gesagt look at the monkey mach mal den zombie dude also was haben wir jetzt gefunden das gitter hast du war das wieder in der bergbank äh in der werkstatt ja na wimpel hast du ja auch damals gefunden und im deiner war der wimpel war irgendwo hinten im walde ich glaub der wimpel war hier irgendwo ne noch weiter hinten im walde glaub ich am baum das ist ne autotür da drüben die ist fürs schild die ist fürs schild äh wimpel hab ich auch wimpel dynamit hab ich auch wir können das dynamit schon machen ne dann hast du wunderwaffe kannst du richtig reinhalten du kannst die wunderwaffe diesmal haben du kannst die auch machen schnapp sie dir ruhig schon neuerunde weißt du wo es ist schon wieder neuerunde ja gönn dir ruhig so ein wunderwäffchen wunderwäffchen max ammo ich hab Schlüssel abgepickt macht man damit die werkstatt auf oder muss man die kaufen ne kostet geld du musst die werkstatt kaufen naja kostet kostet wieder alles geld hier kriegst nix umsonst da ist dann der strom drin und dann können wir uns beschnugern dann gibt es schnugertweihe er gurgelt halt einfach nur aber er gibt mir keine money komm zu uns lass dich fallen für den kick von gaga cola ist auch so ein kreis in der street spot ne ja ja alles du fühlst dich unbesiegbar der kreis hat es geschafft heroin in flaschen zu füllen und legal zu verkaufen beim strom wo ist denn dieses ding ähm in der ecke hinten in der ecke hinten kannst du an der werkbank eine waffe weglegen musst du eine zwischenlagern ach ne ich hab ja eh nicht ich hab ja eh nicht die startwaffe eh gehabt alter diese kleinen jollums da ne klein jollums alter die kn die werde ich punchen ey die ist ja richtig stark alter ich brauch nur zwei treffer ist das ne wandwaffe ne aus der kiste hab ich die gelutscht aber ich weiß nicht ob sie auch an der wand gibt so jetzt musst du die die teile müssen wir jetzt finden und den jollik abschießen achso wo war denn der eine jollik musste man dafür rüber sonst kommt man nicht dran oder wo war der ähm einen jollik konnte ich von hier irgendwo schießen ja einer ging genau er ist noch nicht da ah doch da hinten da hinten hängt er wo ich stehe da kannst du den jollik knallen ach ja wie geil dieser lockdown grad weil ja der war richtig wild affen wären halt king für so nen lockdown was macht die wunderwaffe eigentlich nochmal die brutzelt die zombies und hält die irgendwie so fest aber ich hab halt keine money weapon davor hatte ich halt ne geile money weapon aber jetzt hab ich halt so schnell spritzer waffen egal wenn jollik geht dann wird man jolliken dann müssen steiner noch aufkaufen und die teile finden boah aber die die macht auch alles one shot die alte siki 12 ne a b r boah die ist auch mist ne h b b r ne h b b r aber auf 2 2 3 basis ist halt so ne 3er burst waffe und bursten ist nie so nice bursten turften er hatte burst hast du schon ein schnuggi in der luftröhre ne hab ich noch nicht dann mach du nuggi ich hol dann das deiner als nächstes ich hab schon mir einen reingenoggart mir schon einen reingedreht so nen kleinen nogger so nen braun früher hat man jetzt von der cola ne braunsche röhre gesagt ne braunsche röhre ja das hat man wirklich gesagt ne braunsche röhre das hatte ich mal als kind ja das glaub ich dir mein onkel hat mir mal ne braunsche röhre verabreicht naja es gab ja auch hier den braunen bär das war doch ein eis ja ja der braune bär flutschfinger brauner bär alter der typ hat irgendwie nach ner nacht im puff weißt du hat ein eis entwickelt der perverse sack der langnese weißt du schön langnese mit seiner langnese alter die wunderwaffe ist ja voll scheiße es geht wenn du zielst nicht du musst wirklich aimen ja okay dann ist eigentlich ganz ganz tushy oh oh nice und ist sogar noch ein bisschen welle übrig gewesen normalerweise sammelt es ja immer nur dann ein wenn kein zombie mehr existiert im moment ist ja auch keiner ich hab noch zwei drei erwischt es ist wieder keiner da das gibt's doch nicht ich hab noch ein paar nachgesprungen ich hab noch ein paar nachgesprungen neuerunde die pumpe da die habe ich hier gefunden hier hier zack blaseball kann man auch ein teil fehlt noch ja den habe ich irgendwo in deiner gefunden aber ist so ein kleines teil oh nice hast du einen dogger ne noch nicht mal guck wenn du aimst und du da so schön in der crowd durchziehst dann ist das gar nicht so schlecht das ding alter aber wenn du nicht aimst triffst du gar nichts triffst du gar nichts ne boah hier ist ein nuke boah muss ich mich mal ganz kurz freisprintern erst freispritz sprintern hey irgendwo in deiner waren teile ist auf jeden fall jetzt einer am leben lassen ich hab das doch in deiner eingesammelt da bin ich mir fast sehr ziemlich sicher oh wow hier bei den tischen irgendwo hatte ich das doch ich meine drüben kann es ja nirgends wo sein weil du brauchst ja das teil zum rüber kommen irgendwo hier war das was war das ach barrikaden also auf jeden fall mal einen am leben dann suchen wir hier mal ein bisschen durch aber einen nogger hast du jetzt ne ich hab jetzt einen nogger ja ja das ist so eine weiße pumpe mein ich hätte ihn deiner gefunden aber die kann auch irgendwo anders vielleicht liegen war die teile jetzt alle an derselben stelle wie beim letzten mal ja bis jetzt schon oder lag die irgendwo hier an so einer kante ne also fähnchen und so war alles an derselben stelle ich schau ich schau hier gerade unten im tunnel hast du nichts gefunden oder im fummeltunnel ich ne ich mein es war im diner gewesen ich bin mir fast sicher dass ich das im diner gefunden hab ne 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 ja ja aber da würde ich hier die abr bb punchen ich würde die dings punchen dann würde ich mich mit der wunderwaffe irgendwie hinstellen und versuchen einfach alle zu elektro schocken wenn die kommen dann du musst erstmal nur den blasus finden da lag das so außerhalb des diners an irgendeiner kante ich kann grad nicht gucken weil ich ein zombie habe sonst würde ich eben schauen naja komm guck ich hab den zombie äh ich hab ihn ich stell mich hier hinten hin nicht kongan dann ne ne ich bin hier äh im zentralen massiv äh blow up cash register haben wir gemacht get a key haben wir gemacht go to power room haben wir gemacht power put the key one is behind äh ne warte hä yellow orbs hä ach so das ist nur fürs easter egg das ist nur fürs easter egg hier äh electrical dings all your back power interact scatter wo sind wo steht denn die teile steht hier nirgendswo i have no idea rough map or you go back power room finish the game lock down äh warte da muss ich hier muss ich gucken in der kiste ich hab das random irgendwie eingesammelt ich meine ich hab's im diner eingesammelt vielleicht bin ich auch schon zehnmal dran vorbeigejoggt irgendwo um so eine ecke rum aber ich hab's ja ja ich hab's ich geh das ding bauen all right all right ist es wird gebaut die müssen wir eben hier meine eier es ist gebaut ja du musst jetzt eh rüber jumpen und da irgendwie die sachen abschießen ne also ja 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 aber ich hol's mir trotzdem noch naja hol's dir ich mach einen beim pappen hin und dann einen ich hab mir meine öffentlichkeit eingeholt und dann eine anzeige bekommen beides ja das glaub ich dir so ich mach den beim pappen schon mal hin du kannst ja schon mal rüber springen dann auf der auf der einen seite und schon mal die autotür holen also pappen ist aua haut der mich lol der hast dich kleiner lümmel du kannst du nen pack a punch und das ding abschießen auch ach so warte ich hol die autotür holt f for part sonst ist hier nix gewesen ne ne und an den anderen orb komm ich da müsste ich nochmal drüben springen dann naja du musst nochmal drüben springen oh nein ich kann mich hier nicht rauskaufen oh Gott warte ich komm also entweder hinten oder vorne ist egal kannst du auch vorne aufkaufen ne lass mich schon da ne ich glaub nicht also du kommst zwar da raus klar aber ah manche hier drüben aber oh da ist ja nochmal eine barrikade ne du musst vorne glaub ich raus ne deswegen warte deswegen ich glaub hier vorne kann man sich auch irgendwo rauskaufen naja ich spring runter und kaufs auf ja so jetzt kannst du zum pappen wo ist der orb da oben auf dem stromast hä ich schieße drauf aber es passiert nix jetzt eine neue welle hat gestartet ich hab keinen zombie gekillt der ist auf das ding gelaufen vielleicht sterben die da nicht auch durch kann sein durchs shutterpult so das muss ich mal testen Achtung und ja 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 sie sterben alter ist ja richtig geflogen jetzt hol ich mir schnell hier so einen neuen chisel ah du musst halt schnell da hinten hin ich hol mir einen neuen trample Weinstein oh mein gott meine waffe tötet ihr nicht mehr so easy ach kacke ich muss sie trotzdem aufkaufen mich darüber hoppeln kann ja du musst ja nur einen zombie killen dann hast du schon offen oh das kommt sehr gut boah und double das kommt cremig auf der oberlippe da kann man richtig rein messern jetzt das gönne ich mir aber jetzt erstmal noch da gönne ich mir jetzt einfach schön erstmal eine spritzkelle du die große schwanz des bohls mach ich da erstmal alter da gibts geile spiele du hast du als Kind gespielt mit deinen Onkels alle Onkels Tanten mit meinen Nachbaronkels habe ich das gespielt das war doch wieder so eine Messerkabum das habe ich doch gerochen aber es war eh am Ende ist also nochmal gut Geld reingekommen mit Double Points so wo ist denn dieser Orb? ach da der ist so um die Ecke jetzt müssen wir da wieder in der Mitte irgendwie am zentralen Punkt ja da musst du halt Dings reinfüttern hier die Krabbler ja Krabbenkrabbler da ist schon einer Mr. Schlaps ich kaufe hier in der Mitte auf dass wir Konga Spaß besser machen können hier ich hab ne auger dmr boah ne die Waffe ist ja auch ich hab nur Crab ich hab nur Crab der Kit ist down noch ein Kit ist down ey da ist noch einer boah ich muss mich ob es gefüllt glaube ich wow 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 der bleibt irgendwie hängen an dem Orb der hat irgendwie eine ganz komische Box um sich herum Alter das wird so ekelhaft in diesem Diner ein Insta Billy boah Double Points da kommt was Messer rein ich glaube ich würde mir die Shotgun einfach punchen und auf gut Glück hoffen dass sie was kann ich höre hier doch so ein Teleport Baby irgendwo ja ein Ring 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 Teleport Baby ne weil ich weiß nicht ob die Auga geil gepuncht ist keine Ahnung dann müsstest du eh noch eine Runde machen oder ah ne du kannst schon punchen schon punchen ich hab jetzt eine Shotgun gepuncht ist halt ja auch nicht die beste Waffe neue Runde ich versuche noch schneller wiederbeleben mir zu holen das ist glaube ich auch ganz geil wir haben uns damals am Diner getroffen du hast mich berührt und auch viel gesoffen das Relikt ist weg achso hast du es genommen ne Nein hab ich nicht